Tag 1 Frischling, raus aus den Federn. Was ist das hier? Weißt du deinen Namen? Ich kann mich an gar nichts erinnern. Wer hat uns hergebracht? Wissen wir nicht. Was ist da draußen? Das Labyrinth. Jeden Morgen, wenn sich diese Tore öffnen, suchen die Läufer einen Weg nach draußen. Niemand hat bisher eine Nacht im Labyrinth überlebt. Was passiert mit ihnen? Wir gehören hier nicht her. Es wird Zeit rauszufinden, womit wir es hier zu tun haben. Alles hier hat sich verändert, seit du aufgetaucht bist. Ein Mädchen. Thomas. Warum sind wir anders? Was, wenn wir aus einem bestimmten Grund hier sind? Du bist nicht wie die anderen. Du bist neugierig. Aber wenn du hierbleiben willst, muss ich wissen, ob du die Regeln einhältst. Du bist nicht die Teil der Reserve. with Bewex. Du bist nicht ein GREEN. Du bist nicht le notch. Du bist nicht le Canada.